Dazu kann man nur sagen, es reibe sich mit der Lotion ein. Es reibe sich richtig mit der Lotion ein. Sunny hat gerade selber den Deckel aufgemacht, ich kann es euch aber noch mal zeigen, wie die das gemacht hat und keine Angst, es ist nicht gefährlich, es ist nämlich nur Baby Zinksalbe, zwei Hände, Sunny, viel Spaß, so macht die das, die alte Schrapnelle, ist also nicht schlimm mit, Sunny, es reicht genug mit der Lotion ein. Und den Rest dazu noch reinzuzieren. Nasenbären reiben sich übrigens gerne mit irgendwelchen Sachen ein. Im Bad haben wir Lenore Waschmittel, damit reibt die sich gerne ein, aber ich denke, das ist hier wirkliche Sünde, auch mit schlechten Gerüssen, mit Gerüchen, mit Aas. Gut, Sunny hat sich genug eingekriegen, bis dann.